Nicht schuldig, in allen Anklage punkten. Die Arbeit an dem Film war eine unglaubliche Teamarbeit. Es war so, wir waren alle so zusammengeheizt. Also sowohl die Zeugen als auch die Täter oder die... Es war wurscht, es war das Thema. Ich komme auch aus einer Familie, wo einige Leute sowohl in Auschwitz umgekommen sind als auch überlebt haben. Ich habe mich bemüht, beim Spielen nicht nur diese Wut oder diese Verletztheit zu zeigen, sondern auch zu zeigen, wie, und das habe ich auch als Erfahrung, als eigene Erfahrung erlebt, wie zurückhaltend man auch ist, wenn man sowas erzählt und wie man da kämpft auch mit sich selber, um überhaupt das auch loszulassen. Dass es gar nicht so leicht ist, Gräueltaten zu schildern, als im Zeugenstand, sondern dass das auch so ein Ringen im Magen bringt. Das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, es war sicher schon für die Aufmerksamkeit. Aber wenn du auf den Weg bist, mich versuchst, bist du ganz wichtig. Ich glaube, es bin ein Ringen im Magen. Ich glaube, es ist des Gäuertens. Du hast ja nicht so leicht logos gemacht. Ich bin ein Ringen im Meißen. Und dann, der war nicht so leicht. Ich glaube, es ist nicht so leicht,